Ich habe etwas gesagt. Er spricht. Sag ruhig, er spricht. In Wirklichkeit macht das sich wahrscheinlich nur gerade irgendeine Backgroundsängerin, klar. Gott singt. Warum wimmelst du? Sind die hier eher katholisch? Eher. Eher katholisch. Ich fand, er war ein weißer oder ein schwarzer Anzug. Das ist die Zeit, die wir haben. Und er hat meistens sogar einen weißen Anzug. Die Italien haben vielleicht einen weißen Anzug. Die Auffassung von Italien und Schwazen. Es gibt ja so zwei komplette Bootlegs. Also auch mit Film und so. Amsterdam und einmal